Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort. Tja, so ein Wort darf es leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird sich, was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich wettet, so lichter war, das deckt einen doch keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es und wird ein.